Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von VertriebTV, unserem Business TV, der Signal Iduna Gruppe. Die Signal Iduna Lebensversicherung hat zu Beginn des Jahres eine neue fondsgebundene Rentenversicherung ohne Garantien herausgebracht. Doch was ist das Besondere an SIPUR Invest? Unser Versicherungsexperte Michael Hinz wird Ihnen diese Frage nachfolgend beantworten und Ihnen unter anderem aufzeigen, wie wir bei den Effektivkosten, wie aber auch beim garantierten Rentenfaktor im Wettbewerbsvergleich aufgestellt sind. Was sind die Kernbotschaften für den Maklermarkt? In der Vergangenheit hat sich die Signal Iduna Lebensversicherung bei den Altersvorsorgeprodukten in allen drei Schichten verstärkt auf Garantieprodukte konzentriert. Diese Ausrichtung behalten wir auch bei. Aber ergänzend diese durch eine innovative fondsgebundene Rentenversicherung mit klarer Ausrichtung auf Performance mit niedrigen Effektivkosten. Diese Produktlösung ist zusammen mit erfolgreichen Vertriebspartnern speziell für renditeorientierte junge Kunden mit dem Wunsch nach hoher Flexibilität entwickelt worden. Dieses Produkt nennen wir SIPUR Invest. SIPUR Invest bietet neben der Freiheit, die Anlagen selbst auswählen zu können, auch die Möglichkeit mit kleinen Beiträgen den Vermögensaufbau zu starten und die Versorgung auf die sich verändernden Lebenssituationen abzustellen. Somit ist SIPUR Invest nicht nur für junge Leute das geeignete Produkt ihrer Wahl. Welche Punkte überzeugen in der Ansparzeit? Ja, dann schauen wir uns mal das Produktdesign an. Unsere Definition einer modernen Fondpolizee ist ein Produkt ohne Beitragsgarantie, welches dem Kunden ermöglicht, vollumfänglich am Aktienmarkt teilzunehmen, um Renditechancen entsprechend zu erhöhen. Ich gebe hierzu mal einen kurzen Überblick zu den Produktdetails. Erstens Beitragszahlung ab 20 Euro Monatsbeitrag. Einmalbeiträge ab 5.000 Euro. Zielgerichtete Zuzahlungen und ein Erhöhungsrecht bis 15.000 Euro Jahresbeitrag. Wir bieten eine Auswahl von über 80 Investmentfonds von namhaften Kapitalgesellschaften an. Diese haben alle einen strukturierten Auswahlprozess durchlaufen. Heißt, sie weisen eine überdurchschnittliche Wertentwicklung in der Peer Group auf, beinhalten faire Kostensätze und haben ein gewisses Mindestalter und ein gewisses Mindestvolumen. Quasi eine Qualitätssicherung seitens der Signale IDUNA. Hierbei war uns auch die Flexibilität wichtig. So sind bis zu 20 Fonds gleichzeitig besparbar. Zuzahlungen und Entnahmen sind selbstverständlich auch in und aus einzelnen Investmentfonds möglich. Besonderes Highlight? Fondswechsel sind unbegrenzt und kostenfrei möglich. Selbstverständlich ist eine Fondsöffnungsklausel bedingungsgemäß eingeschlossen. Und das heißt, auch neu aufgenommene Fonds können zukünftig genutzt werden. Darüber hinaus hat das Produkt auch in der Ansparphase noch weitere Features. Wir haben zum Beispiel das Thema Startdynamik eingeschlossen. Es gibt die Möglichkeit eine BU einzuschließen, Beitragspausen, Entnahmemöglichkeiten und Startmanagement bei Einmalzahlung und vieles, vieles mehr. Des Weiteren überzeugen unsere Effektivkosten, die wir mit sehr spitzen Bleistift kalkuliert haben. Schauen Sie sich nur die Verlaufswerte im Vergleich an. Alle bei gleicher unterstellter Rendite und gleichen Fondkosten. Welche Kundenvorteile gibt es in der Verrentungsphase? Auch in der Rentenphase können wir unsere Kunden und Vermittler überzeugen. Wir bieten nach wie vor eine klassische Verrentung an. Aber richtig innovativ ist unser moderner Rentenbezug, welcher den Kunden ermöglicht, Kapital zu sichern und trotzdem von der Fondentwicklung zu partizipieren. Die Startrente liegt höher als bei der konventionellen Verrentung. Bei besserer Wertentwicklung steigt die Rente und bei niedriger Wertentwicklung fällt diese aber niemals unter die garantierte Rente. Des Weiteren belegen wir einen Spitzenplatz bei den garantierten Rentenfaktoren. Dieser entspricht 95 Prozent des bei Vertragsabschluss gültigen Rentenfaktors. Die vertraglichen Rechnungsgrundlagen gelten auch für außerplanmäßige Beitragserhöhungen, für Beitragserhöhungen im Rahmen einer Dynamik und bei Zuzahlungen. Ein weiteres Argument zum Abschluss stellt unsere Gebührenstruktur beim SE Pool Invest dar. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Sehen Sie selbst. Auch wenn ich Ihnen leider nicht alle Highlights vorstellen konnte. Seien Sie versichert. Mit SE Pool Invest können Sie sich auf ein Produkt freuen, was in puncto Flexibilität, Rendite und Kosten herausragt. Für weitere Informationen sprechen Sie Ihre zuständigen Ansprechpartner an oder informieren Sie sich auf dem Maklerblog der Signali Duna. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Viel Erfolg mit SE Pool Invest. Das war unsere zweite Ausgabe von Vertrieb TV. In unserer dritten Ausgabe wenden wir uns der Arbeitskraftabsicherung zu. Hier sprechen wir dann über die Neuerungen, welche für die Berufs-, sowie Dienst- und Grundfähigkeitsversicherung zu Beginn des Jahres bereitgestellt wurden. Bis dahin, danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe von Vertrieb TV.